Die Netgun ist in wenigen Sekunden einsatzbereit. Durch ein kräftiges Drehen wird die Gaskartusche aufgebrochen. Stellen Sie den Schalter auf ON und ziehen Sie aus einiger Entfernung. Drücken Sie auf den Knopf und das Netz wird abgeschossen. Durch Luftdruck wird das Netz bis zu 20 Meter weit geschossen und erreicht eine Größe von bis zu 16 Quadratmetern. Fangen Sie Menschen und Tiere ein, ohne Verletzung. Optimal für flüchtige Hunde, Katzen, Vögel oder auch für Diebe, Einbrecher oder andere Kriminelle. Auch die Wiederbenutzung des abgeschossenen Netzes ist kein Problem. Bereiten Sie dazu einfach das Netz auf dem Boden aus und schieben Sie die vier Traktionsköpfe in die äußeren Ecken. Ziehen Sie das Netz nun gleichmäßig zu einem Seil in die Länge. Stecken Sie es dann mit der Spitze zuerst in den Netzkopf zurück. Zum Schluss verschließen Sie einfach nur noch das Netz mit dem Deckel. Folgen Sie dem Link aus der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de.